Frauenfußball-EM im Livestream. Die deutschen Damen haben es geschafft. Diesen Sonntag spielen die DFB-Damen gegen England im Finale der Europameisterschaft. Wo Sie das spannende Spiel sehen können, erfahren Sie hier. Anpfiff des Finales ist um 18 Uhr und wird im Wembley-Stadion stattfinden. Das Hammer-Duell wird auf ZDF und auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst-Join ausgestrahlt. England gegen Deutschland im Finale im Live-Dicker. Alle feiern Pop nach Finaleinzug, einfach ein Biest da vorne. Und jetzt Wembley, euphorisiert gehen die DFB-Frauen aus dem EM-Halbfinale heraus. Das Endspiel gegen England vor rund 90.000 Menschen, prophezeit Torhüterin Froms, wird nochmal alle Dimensionen sprengen. Die Sendung gegen FRN-Duell wird in den ersten Halbfinale herausgevend. Die Sendung gegen Frankreich und Jannecke wird in den nächsten Halbfinale herausgevend. Der erste Film in den ersten Halbfinale herausgevend ist. Die Sendung gegen 이후 ist gut, wird einer Neu-Nateck-D pudding gelegnet. Vielen Dank.